Musik Liebe Zuschauer, Schenti Festival 2013 in Seelze. Das Wetter ist nicht verrauschend, es ist kalt, aber es regnet auch nicht. Und der Stimmung tut das Ganze keinen Abbruch. Alles nähere Weißröpzer Kürbischi. Ja, was macht den Charme von Schenti-Musik aus? Eigentlich jeder, der heute das sieht, kann es eigentlich selbst ergreifen. Also es macht einfach Spaß, diese Musik zu hören. Es ist eine tolle Stimmung und es sind die Lieder der norddeutschen Küste. Veranstalter des Seelze-Festivals ist der Schenti-Colone. Und Rolf Zerkowski ist nicht nur Moderator der Veranstaltung, sondern auch Sänger im Chor. Zehn Chöre mit knapp 400 Sängern haben sich an diesem 1. und 2. Juni 2013 in Seelze versammelt und ließen die Zuschauer das kalte Wetter vergessen. Musik Warum ist Schenti-Musik für Sie so attraktiv? Ja, wir finden, dass wir sind ältere Menschen, wir lieben diese Musik. Wir finden die toll, es ist Stimmung, wir gehen da richtig drin auf. Musik Ein bisschen Musik hören, Gesang hören. Es wäre nur, wie gesagt, wenn die Sonne scheint, würde ein bisschen besser. Aber so muss man es eben gekauft nehmen. Musik Wie finden Sie das jetzt, der Publikum? Eigentlich sehr dankbar. Wir haben gemerkt, wie die auf einmal alle mitgegangen sind. War es ja noch bei keinem Chor so richtig der Fall. Wir können es nicht beklagen. Viele Chöre stehen aber nicht nur für ihre Musik, sondern betätigen sich auch ehrenamtlich. Der Hannoverische Chor ließ es sich nicht nehmen, für das klassische Entenrennen auf dem Maschsee zu werben, mit dem er leukämiekranke Kinder unterstützt. Aber die Freude am Singen kam auch nicht zu kurz. Wir kommen ja auch schon seit mehreren Jahren hierher. Und es ist einfach immer wieder schön. Es ist auch wie so ein kleines Nachhausekommen. Man trifft so viele bekannte Leute aus allen möglichen Städten, mit denen man oft auch nur einmal im Jahr hier in Seelses zusammenkommt. Wem durch die Musik noch nicht warm genug wurde, konnte mit Essen und Trinken nachhelfen. Und so bieten viele Zuschauer bis zum Schluss durch. Zwei Tage feiern die Seelsa Schentimusik. Wir können Ihnen leider nur Ausschnitte davon zeigen. Aber ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Vielen Dank. Vielen Dank.